Kuchenbacken Du weißt es vielleicht, dann raus damit und zeig's Wir müssen erstmal Eier kaufen, Butter und zum Aldi laufen Zucker und Vanillezucker, Mehl werden wir auch noch brauchen Backpulver, Zitrus, Schalen und vielleicht noch Humaroma Nussgerieben, Mandelkern, essen alle Kinder gern Kakao und auch noch Zimt, von dem man etwas nimmt Für jeden guten Apfeltuchen, Milch müssen wir auch noch suchen Dann ist alles da und los geht's mit Hurra Kuchenbacken 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 Nein, so geht das nicht Nein, so wird das nichts Erstens mischen, Teig bereiten, rühren, kneten und zum zweiten kommt's dann auf den Tisch Aufs Backblech mein' ich Dann lasst uns jetzt die Schüssel füllen mit dem Zucker und dem Mehl Schlauch nicht alles voll, denn das find ich nicht so toll Backpulver, Vanille, Zimt, Rumaroma, Nisse, Mandeln Jetzt die Eier aufgeschlagen, Eiweiß wird zum Schaum geschlagen Milch fehlt noch, wo ist die bloß, aber schütz ihn nicht vorbei Teig verrühren und dann kneten wir den Zehen brei Dann stellen wir ihn kühl und warten eins, zwei, drei Kuchenbacken 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 Jetzt müssen wir nach Streiseln mischen, rubbeln und zu Bröseln wischen Asch nicht so viel weg, mein Spatz, die anderen wollen auch noch was Endlich mit der Nudelwalze, ne Flasche tut es auch Machen wir den Teig ganz platt, damit er auf das Backblech passt Dann fetten wir mit Butter ein, damit er nicht dran kleben bleibt Und jetzt noch den Ofen heizen auf 200 Grad Wollten wir nicht Apfelkuchen, dann müsst ihr noch die Äpfel suchen Und in dünne Scheiben schneiden, Vorsicht mit den Fingern bleiben Apfel drauf und Streiseln dann, fertig ist der Kuchen dann Rein damit und merkt die Zeiten, dass er nicht zu lange gart Hat die Küche gut gerochen, mit der Nadel reingestopfen Bleibt nichts kleben, ist er gar raus damit ganz wunderbar Ist der Kuchen uns gelungen und bald wird er dann verschlungen Apfelkuchen, Apfelkuchen Kuchen backen Apfelkuchen Kuchen backen Apfelkuchen Apfelkuchen Kuchen backen Apfelkuchen Kuchen Kuchen Kuchen